Mutz, Mutz, mein lieben Zuschauer und Fight Night, zweiter Part, was auch immer. Wenn es nach mir geht, dann würde ich drei Hacks fahren, irgendwie ein paar Hemis und der Rest Grill ist. Ja, das wäre echt geil. Auch beim Letzten nicht gemacht. Ähm... Ansonsten, führst du dir den Fieldrunner zutrauen? Bitte was? Wir machen mit zwei Batch jetzt den Field. Ne, Samper, du machst einen Fieldrunner, die haben keine Batch jetzt. Mach einen aggressiven Fieldrunner. Alles, was bei uns snipern kann, schießt rüber. Sprich, alle Mates. Bleib stehen, schießen rüber. Also alle. Die drei Heavys fahren ihr hin. Die folgen mir einfach in der ESC. Moin Hunt, wessen Hunt? CAX, Sniper einfach rüber. Hier gehen Ziele auf. Und Focus Fire, please. Spot Spot. Anderen, stell dich mal in den Busch da bitte. In den Busch. Passiv. Hallo? Ja, es geben Ziele auf. Ich sehe es. Oh, du kannst Samper, ey. Richtiger Profi. Da ist was! Sehr gut, ich habe eine ESC gefunden. Auf den kann man aber nicht schießen. Samper ist zu weit vorne. Ja, ich muss sonst sehr nichts offen. Da die Badjet. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Alles klar, Mä ziehen ab. Aber auch Hill. Lalalalalalalalalalalala. Ja, wir sind schon zu spät für den Hill. Ja, in Richtung Hill zumindest erstmal. Die sind eh splittet, also von daher. Mist. Also eigentlich sollten wir, wenn wir jetzt so lange in der Base stehen, müssen wir einfach die Airways in der Base pushen, aber. Ach, das passt schon. Anderen steht im Cap. Ähm, die andere Badjet, Samper, stellt sich hier in dem Bereich hin. Der Rest fährt erstmal mit auf den Hill. Ich will kurz einmal, als ich mehr leben habe, unsere 9 um 7, dass gerade unser Base tötet wird. Ha. Ähm, Grille bleibt auch erstmal hier natürlich stehen. Bei Samper. Und der E100 bleibt irgendwie, äh, ja. Boah, ich weiß nicht. Du wärst auch Hill. Kann nicht genug sein. Hi, Jones. Ja, da, da, immer motzen hier. Na, komm. Ja, komm. Bewege dich mal weg hier, ich bin offen. Bin egal. Ne, ja, die haben einen Kopf, ne. Ja, die haben einen Kopf, ne. Tut's halt weh. Der steht im Busch vor dir, Jones. Bist du lahm, Mann. Die brauchen Shield-Format, weißt du. Ja, dafür bin ich gut. Die haben ja schon oben alles, ne. Die schauen alle zu mir. Wow. Wow. Direkt rauf, guys. Linke links bleiben, keiner fällt rechts runter. Direkt weiterfahren. Die Badjet, die ignorieren. Die können wir da ran, dran lassen. Ach, leck mich doch, Alter. Hätten wir jetzt mal ne Arti dabei, aber nein. Ja. E100, bleib da, wo du bist. Hat noch einer mit HP vor? Lange noch mit hoch. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Kannst du dich nicht bewegen aus dem Busch? Warum hast du dich denn bewegt? Weil ich der Meinung bin, dass ich auch weiter hinten spawnen kann. Ihr seid ja eh nicht im Endering. Hallo, du hast drei Sniper hinter dir hier. Raten wir mal, was die Gülle da macht. Außerdem will ich sehen, ob sie da kommen. Äh, wir fahren hier nur auf dem Hill, nur bis zur Kante. Die beiden will ich aber noch haben, gerade den Leo. Der hat ein Freund mitgebracht. Ich fahr runter, stell dich oben zum Sniper aus. Neuer Platz. Also, die pushen heute nicht die Grille. Glaub ich. Die kommen unten, ja. Ich glaube, es wäre sinnvoll, uns zu drehen mit Mediums schon. Ja, Mediums. Mediums runter, hier hin. Mediums runter, da hin. Go, 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 go. Mediums runter vom Hill. Oh Gott im Himmel, die kommen. Hilfe, ich bin auch noch so jung. Adi hat geschossen. Also, ich weiß nicht, wenn jemand Lust hat, Hardcore zu sein, dann... Hotten Totten, komm mal mit mir mit, mit 907. Wir holen uns den 50b. Ne, 50b ist irrelevant. Der ist im Reload. Der ist im Reload. Die Mediums müssen weg. Stell dich hier hin, stell dich hier hin, mach das hier weg. Hier oben kann man gut Snipern, Jungs. E100, fahr mal voll rein, bitte. Die Mädchen stehen immer noch hier oben, warum fahren die nicht? Der 50b ist nicht im Reload, hat einmal geschossen. Ja doch, das ist jetzt im Reload. Wir machen mal auf der Nuller Stress. Guck mal mit, 113, links von dir. Den da. Der in dem oder den Capspot. Jungs, da ist noch eine One-Ital-Cat. Okay, ist deiner, 113, ist deiner. Danach fährst du hier hin. Cap ab. Nachladen. Okay, such dir mal die Artie, 113. Such mal die Artie, bitte. Achtung für durch. Very good. So, Fokusfire brauche ich bitte auf den Cap. Und Reset immer noch. Da ist noch jemand anderes im Cap. Kommt Jungs, mindestens einen müsst ihr noch resetten. Danke. Weiters mindestens einen. 113 dann auf den Cap. Oh, ach. Egal. Win is win. Das ist doch nett. Wir haben noch eine Grille. Wo steht die denn? Achso, da hinten um Nordenstein. Grille, 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 Grille. Komm, Grille, 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 Grille. Ach, nö, du gehst hinterm Stahl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sim Shady, das ist schwach. Das ist schwarz Sim. Da hab ich mehr von dir erwartet. Oh Gott. Weißt du? Jetzt hab ich toll meine HE geliebt. Der absolut nur auf sein eigenes Spiel begacht ist. Null Teamplay. Gna, 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 gna. Ach, es ist immer noch so wie früher, ja. Wir lieben uns alle. Ja, ich seh's. Außer dich Semper, außer dich. Stimmt, mich lieben noch mehr Semper. Hast du gerade HE geschossen und 23 damage gemacht? Der schießt nicht. Und ich war voll drauf, das haben wir schön auf Video. Bravo. Andy wird immer noch gemobbt, ey, der Arme. Slim, ich bin nicht gestorben, ne? Ja, du hast ja auch nur den... Ich bin nicht dumm auf die Grille gefahren und geplatzt. Ich hab 100% Trefferregion, ihr so? Hahaha. Wie viele Schüsse hast du gemacht? Einen? Ach, auch kein bisschen mehr Spaß. Du bist ja auch die ganze Zeit hinten rum. Ach, wir brauchen keine Artie. Ich seh's schon. Es macht auch ohne Artie Spaß. Hallo. Hallo. Wir müssen noch aufkommen. Wir müssen noch aufkommen. Ähm, ist relativ freie Panzerwahl, aber ich glaube, wir brauchen keine Artie. Ich meine, wir sind voll. Jo, sind wir. Wir sind voll, ja. Also ich auf jeden Fall brauche so mindestens zwei, äh, zwei Scouts quasi. Jetzt hab ich drei. Das passt. Kannst doch auch jeden Russen, wenn du... Ne neue Gegenteam. Cool. Cool. Ach, schon wieder die. Oh, ich kann die noch. Hehehe. Eine Fresse. Immer schön die Ketten ziehen. Sonst tut's weh, wenn's rammt. Ähm, haben wir noch einen DVP? Ne. Ja, dann Gülle hier hinten rein. Wir machen dann den... Ne, wir machen nicht den Slowplay. Wir machen trotzdem den Clash. Wir machen den Clash hier vorne. Ähm, Gülle, ich brauch dich trotzdem mit da vorne. Wir versuchen auf den Hill zu kommen, mit, äh... Kann das die Russen-Meds hier hinten rum haben? Nein. Man, äh... Erstmal brauche ich die Russen-Meds zum, äh, Russen-Meds, also quasi... Ah! 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 Nein. Ja. Man geht's auf den Hild aufrecht. Der macht... Die drei schnellen auf den Hild auf. Die beiden Bad-Shets und... Lass uns nicht ran. Der Rest aimt nur die 50 Gs ab. Wir lassen quasi deren Bein Bad-Shets durch. Die kriegen die drei da, äh, fertig. Und der Rest aimt die 50 ab. Nicht gut! Ah! Läuft gut. Alles gut. So, Russen-Meds jetzt zurück. Hanti, schnapp dir alle Meds und mach den weg, Dings da. Alle Meds und wohin? Na, hinten durch, hinten rum. Gut. Meds zurückkommen und wir fahren hier lang. Oh, aber nicht spotted, Guys. Nicht spotted. Bleib mal noch ne Runde hier. Bleib mal noch ne Runde hier, Meds. Oh, das mach ich denn. Ja, aber wir müssen natürlich trotzdem zurückfahren, Meds. Wenn weh. Alles klar. Und go. Hanti. Jetzt nimm. Ja, die haben sich wieder spotten lassen. Göttschöp. Borgraff, bist du auch nicht. Geh mal weg. Okay, alle Meds, die wir jetzt haben, wir fahren jetzt hinten rum. Kommt schon. Ähm. 113er, du brauchst den Stein. Verdammte Axt. Fahr endlich ran. Slim, du nimmst hier lange mit. Ey, die 100er sind da von dem. Verdammt, die pushen hier. Ich kann hier mal vier drüben, um was aufzumachen. Die pushen hier. Ich hab nicht verstanden, was von mir wohl ist. Slim, du nimmst hier lange mit und fährst hier hinten rein. Alles sprechend gleichzeitig. Dort hinten ist nichts mehr, Hunt. Wir müssen euch jetzt hier ran haben. Okay. Lasst euch vom Hill droppen. Macht das Spiel lang auf dem Hill. Macht das Spiel lang alles, was nicht gerade rumfährt. Und beeilt euch jetzt. Voll rein, Huntys Gruppe. Voll rein, Huntys Gruppe. Voll rein. Zum zweiten Mal Mundlager. Durchfahren, Huntys Gruppe. Durchfahren. Auf dem Hill durchfahren. Durchfahren. Nicht stehen bleiben. Durchfahren. Ignoriert den ihr 100. Lasst ihn nicht schießen. Durch. Nehmt den Hill. Erobert den Hill zurück. Ja, bist du ein Spaßvogel. Links, Anti. 50b, den müsst ihr noch an, die 50m. Die 50m. Ah, Jungs. 1300, 1000er, 750m. Alles klar. Ja, 1400er, 50m. Badshed, next target. Badshed, Badshed, next target. Jetzt Badshed. Badshed. 50, 30b, ich vermisse dich. Nächste Badshed, one shot da. One shot Badshed, sim. Nice. E50. 50m, next target. E100, 200, 400. Oh, Berg. Next target. Tschüss. Lass dich trocken da hinten, hotpotten. Nice. Und ran drin. Oh, oh. Seppel will weg. WEG! Nein. Nein, ein Arti. So, Freeplay. Spielt sie aus mit eurer Sichtweite. Hab ich doch gut gemacht. Sicherlich. Bist du ein Spaßvogel. Oh, was? Ach, dort steht noch mal eine. Ach, scheiße. Ach, herrje. Senpai. Ja, ich erwarte, dass der Clownfisch da schon so schnell vorkommt. War ja wohl optimist. Ja, war nicht so gut mit dem hinten rumschieben, das ist mein Fehler. Zumal ihr in so einer Situation einfach nicht spottet wegfahren darf. Ihr dürft auch dem Gegner das nicht anzeigen. Das war sowieso klar, dass der pusht, wenn seine 100er endlich da mal da sind. Ähm, 113, dann musst du natürlich den Stein holen. Guck mal, du hast 0 Scharen, einfach weil du die paar Meter bis zum Stein nicht gemacht hast. Dann wär dir auch nix passiert. Ich dachte, ich dachte auch noch 13er machen. Also jetzt darf ich mal eine Anleitung machen, was wir hätten machen können. Weil die haben eigentlich ziemlich scheiß Tonpanzerungen. Wir hätten mit den Russen jetzt alle Holdown spielen können auf der linken Seite. Aber... Wir hätten eigentlich auch stehen bleiben können, ja. Die 50 M's immer schön, die hatten, ja. Also bis ich gepusht wurde, hab ich die rechte Seite gegen drei Leute dominiert. Weil die einfach keine Chance haben. Richtig, aber wir hätten auch mehr Leute links am Stein gebraucht, weil dann hatten wir praktisch ein Kreuzfeuer. Oh, warum sind alle auf meiner Gegenwahlliste? Goldene Garde, ich seh ganz viele Goldene Garde. Alter, ein Kini ist da mittendrin. Ja, da ist David dabei, David First Target. Achso, ich darf mal ein bisschen reporten. Achso. Boah, egal was ist. Ja, aber den müssen wir auch rausnehmen, bitte. Ja, egal. So, Bettel, jetzt hier vorne bitte sporten mit dem Leopard, meine drei Sports. Einer fährt hier rüber, fährt hier so rum, um mir zu spotten, was hier fährt. Die ganzen Snipern stellen sich hier auf die Schienen rauf und Snipern in die Mitte. Alles was Heavy mäßig ist, fährt hier rüber über die Schienen und Snipert auch erstmal in die Mitte. E100, du fährst hier vorne ran, bitte. User disconnected from your channel. Aber bleibst dann unten, du lässt dich quasi pushen, du bist ein Bait. Vier TDs, ne? Ja, ja, die fahren alle auf der 1er 2er, sollen sie machen. Die bleiben auf B2 stehen und warten bis 15 Minuten abgelaufen sind. Nee, das ist goldene Garde, ich bin ziemlich aggressiv. Leute, AIMTA, die sind jetzt hier. Ich weiß nicht, warum wir jetzt runtergefahren sind, AIMTA. Aber nicht die TDs. Die sind FX hier, Rirol. Istro, holen wir mal da vorne. Ist front. Alles klar. Da, die Batchett will ich haben. 113er, wir fahren durch bis dahinten. East front, hier vorne die Ecke, Slim auch. Und hier mal ein bisschen rumstressen. Und Med einfach hier halten und das Ding. Leopard, versuch dich mal in die nächste Flanke zu kommen. Semper, jetzt hast du angezeigt, dass die Panzer kommen. Slim East front, mach da ein bisschen Stress, da wo ihr seid. Ich hab was. 62A auf der Bahnübergang, hinten bei A6. Ja, 113er, wir fahren direkt rauf hier. Die pushen auf der 2er Linie durch. Was soll ich mit dem Leo machen? Weg. Weg, Rorschach. Weg, nach hinten. E100, du brauchst nur die Spots nach da holen. Aber nicht sterben dabei. Da, ab. Der muss jetzt sterben hier vorne. Batchett ab, Batchett, Batchett, Batchett. Hier, die beiden Meds hier oben helfen. Die kommen hier rüber. Okay, alles klar. Ich spotten euch jetzt hier dieses Mod Medrudel, ne? Alles klar, fahrt nicht über die Schienen da oben. 140er, Hanti und Luke. Einfach nur Spot halten. Lass das 113er da mal alleine, Hanti kommt zurück in die Mitte. Ja, ich fahr grad einmal hier lang und dann komm ich. Eastfront, lass dich. Die Meds müssen weg, die werden gleich gespottet. Ich versuche, wir bild die Mitte auf den zwei. Ja, Meds weg da unten, weg von der Schiene. Luke denkt an die Hanti. Eastfront, du wirst unspottet. Lasst mal hier die Batchett, zieht euch mal ein bisschen zurück, dass ihr nicht den ganzen Kampf machen müsst. Sammelt euch mal hier oben bitte, Batchett. Seien unspottet, wichtig. Ja, Entschuldigung, aber vier TDs sind noch zu, ne? Wo werden die wohl stehen? Jaja, genau. Irgendwo hinten halt. Das ist der Steve. Ah, die hat geschossen. A2. Blau HP, Russen, haben wir sowas? Ne, okay, alles klar. Ich brauch hier unten ein paar noch. Fahr hin. Ah, die hat wieder geschossen. Russen-Mates, unspottet mal, äh, mal zurückgehen, unspottet werden. Und im Norden sammeln auf A7, unspottet, verlegen. Lange bleibt da, wo er ist. Rorschach, du musst abhauen. 30B, geh mal bitte unspottet. Sim, geh mal bitte unspottet und fahr nach Süden. Wichtig, dass ihr unspottet nach Süden fahrt. Erst unspottet werden, dann nach Süden fahren. Und dann pusht ihr hier gemeinsam mal rüber. Moment, nach Süden oder nach Norden fahren? Nach Norden, nach Norden. Da oben hin, will ich euch haben. Unspottet werden, da oben hinfahren. Ja, der ist kein Feuerlöscher mehr. So, so wie ihr seid hier oben. Ihr könnt schon anfangen zu pushen. Hier oben rein. Und dann einmal die A-Reihe durch pushen. Ich geh gleich nochmal einen Spot in die Mitte. Die Mitte geht jetzt ab. Und rüber. Go, go, go. Ja, die schießen nicht aus. Ja, das war jetzt eigentlich klar, dass die hier... Jetzt stehen wir da vormitteln und können nicht wirken, ne? Das ist dir bewusst. Der hier. Den könnt ihr doch wirken, oder? Den mit dem Hohenab, der da gerade fair fährt. Komm mit halt negativ. Wir werden hier ja kommen. Ja, das ist ein Mist. Ich fahr wieder weg, fahr wieder weg. Das ist mir zu blöd. Ja, dann mach das doch, okay. Lange, lange weg. Geht auf der C7 rüber. Wir holen uns den. Okay. Lange mit Ceturion. Im Süden mal pushen. Push den mal bitte im Süden weg. Push da mal rüber. Ja, hab ich gerade angesagt. Im Norden, wenn die jetzt so wieder pushen würdet... Ne, okay. Passt. User disconnected from your channel. Haben die die Wett-Chat? Ja. Ne, doch nicht mehr. Ist der an der Seite, kann ich nichts machen. Wow, und unser Push ist jetzt auch gerade tot. Scheiße. Ja, ja. Weil der Druck gefehlt hat auf dem Norden dann. User disconnected from your channel. Oh, ich bin auch erstmal raus, ne? Viel Spaß noch. Danke, tschüss. Tschüss. Wow. Wow. Mist, ich hab extrem viel Glück, ihr 7. Wow, 300 Damage hab ich gemacht. So mehr konnte ich nicht. Gut, 294 GG. Ah, ich hab meinen einzigen Kill. Ungefähr 40 Schuss abgefeuert. Ne, ich hab auch kaum Schüsse abgewollt. Ich konnte einfach nicht schießen. Egal, das ist das für jeden Part. Junges haut rein. Tschüss. Lieb. Hah-Ah-Ah. Wissen ist das für jeden?